Cambridge University Press ist ein Universitätsverlag und Bestandteil der University of Cambridge in England. Seinen Hauptsitz hat das Unternehmen in Cambridge, die rund 1800 Angestellten verteilen sich aber auf 60 Niederlassungen weltweit. Der Verlag erhielt 1534 von Heinrich der Achte die Rechte zum Drucken von Büchern und ist damit der weltweit älteste, ohne Unterbrechungen existierende Verlag. Cambridge University Press ist mit der Oxford University Press eine von zwei Privileged Presses mit dem Druckrecht für die King James Bible. Zu den Autoren des Verlags gehörten unter anderem John Milton, William Harvey, Isaac Newton, Bert Horn Drassel und Stephen Hawking. Derzeit besitzt die Cambridge University Press rund 50.000 Titel im Angebot und jährlich kommen 2800 neue internationale Standardbuchnummern dazu. Der Verlag ist auch Herausgeber von rund 240 Wissenschaftszeitschriften.